Ist es eigentlich dein Ernst, dass ich heute wieder das gleiche anziehen musste wie du? Schatz, wir müssen zueinander passen. Ja, aber das ist... Ja, aber warum? Soll ich dir sagen, was das Wichtigste ist? Was? Dass wir zu unserer Couch passen müssen. Verstehst du? Wir sind heute... Warte, warte, wie heißt dieses Tier? Chamäleon. Chamäleon. Das ist heute Chamäleon. Man sieht mich nicht mehr. Mich auch nicht. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Paket nach Hause und ihr habt keine Ahnung, was da drin ist. Wir gehen heute an einen Mystery-Paketautomaten und werden uns Pakete holen und die öffnen und gucken, was drin ist. Wir haben selber keine Ahnung. Lasst uns losgehen. Wir haben den Automaten gefunden. Langer, langer, langer Suche. Schatz, wir haben fünf Minuten gesucht. Was für lange Suche. Fünf Minuten. Warum musst du das machen? Warum bist du so ein ungeduldiger Mensch? Er so, wir haben so lange gesucht. Durch Labyrinth und hoch und runter. Er so, ah, da sind die Automaten. Also wir sind jetzt am Automaten angekommen. Wir müssen uns erst mal gucken. Ey, wie cool ist das? Das ist schon richtig nice. Voll cool, dass wir sowas in München haben. Wir haben nie sowas in München. Sowas gibt es nie. Ich freue mich richtig drauf. Wie viele holen wir? Wie viele holen wir? Okay, warte, ich muss mir jetzt überlegen, was kosten die denn überhaupt? 15 Euro, glaube ich, eins. Purpaket? Ja. Okay, warte, ich glaube, man muss eine Nummer auswählen. Ich würde jetzt einfach mal so, keine Ahnung. Zehn nehmen wir. Zehn Stück. Zehn Stück. Zehn. Zehn. Das ist doch viel zu viel. Dann packen wir doch bis morgen aus. Egal, wir packen bis morgen aus. Komm, lass uns jetzt erst mal welche holen, fühlen und dann entscheiden, wie viele wir nehmen. Ihnen fällt das jetzt, glaube ich, durch, oder? Ja! Ich sage euch jetzt gleich mal, was ganz lustig ist. Ich weiß nicht, warum Charla die 15 genommen hat, wenn da die 14 ist. Okay, keine Ahnung. Irgendwie habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach das, weil wenn ich hier stehe, sehe ich nichts außer diese eine Nummer. Die 14 ist einfach deine Lieblingszahl. Also aus der Strecke nehmen wir jetzt die 14. Ich finde, wir sollten einfach aus jedem Fach... Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Wie fühlt sich das an? Wie ein Oberteil oder so? Oh nein, man sieht schon durch. Du darfst nicht gucken. Ah, okay. Ich würde sagen, wir nehmen einfach aus jedem Fach eins. Ja, okay. Okay? Okay, okay. Okay, als nächstes machen wir die Nummer 14, weil es meine Zahl ist. Wir haben auf jeden Fall unser zweites Paket. Ich weiß nicht, was drin ist. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob es verpackt ist. Und da sind mehrere kleine Boxen drin. Die 14 sind vier Handys, Schatz. Ja, genau. Vier Handys. So ein Glück haben wir dann bestimmt. Okay. Was nehmen wir als nächstes? Als nächstes suche ich aus. Ja. Ich nehme die 10. 10, okay. Beim Fußball ist die 10 immer die beste Nummer. Okay, Schatz, jedes Paket, was jetzt kostet... Hä, was passiert hier gerade? Ey, guck mal, das hat sogar 20 Euro gekostet. Was ist jetzt los? Es ist hängen geblieben. Es ist hängen geblieben. Ja, weil du dich da irgendwie angelehnt hast. Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt sagt er wieder, ich bin schuld, ey, sobald du dich angelehnt hast. Bleibt der Hängling in dem Paket. Oh, oh. Oh, nein. Aber vielleicht fällt das andere auch gleich runter. Jetzt haben wir ein dickes Problem, Leute, weil das geht jetzt einfach nicht mehr weiter. Kontakt bei Störung. Wir müssen da jetzt anrufen, leider. Warte, ich rufe kurz an. Wieso passiert sowas genau uns? Ich wollte nur ein paar Pakete haben. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wie aufgeregt bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10? 10. 11. 12. 13. 25. Okay, 25? 25. 25. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Jeder sucht sich jetzt ein Pick aus, wo er denkt, das ist der absolute Hammer und den tun wir auf die Seite und den machen wir zum Schluss auf. Okay, ich glaube, dass der absolute Hammer dieses ist, wo mehrere kleine Pakete sind. Okay, und ich glaube, dass es das hier ist. Also macht jeder jetzt eins auf die Seite? Ja, du machst das bei dir und ich mach's bei mir auf die Seite. Okay, und welches machen wir als erstes auf? Jetzt fangen wir an. Du fängst an. Soll ich mich wieder von meinen Energien leiten lassen? Ja, lass dich von deinen Energien leiten. Ich muss das hier aufmachen. Okay, los. Ich wusste die ganze Zeit schon, dass ich das aufmachen will. Ja, ich bin so gespannt, was da drin ist. Ja, weißt du, warum? Weil die haben das neu verpackt und da steht so Secret Pack. Und es macht es so noch mysteriöser, als wenn da so eine normale graue Fällung ist. So langsam bin ich. Er ist so nervös. Ihm ist das gerade viel zu lang. Was sagst du, was redest du? Warte, stopp, Handyhüllen. Oder? Ey, cool. Warte, mach mal auf. Das sind mehrere Handyhüllen. Was ist denn das? Spargel, du liebst doch Spargel. Spargel. Was soll ich mit dem Spargel anfangen? Das ist, nein, das ist ein Spargel-Samen zum Einsehen. Checkst du? Damit wir das in den Garten sehen können. Aber was macht das mit einer Handyhülle? Hä? Ey, Leute, mal ganz kurz. Was für ein Handy ist das? Die schaut wild aus, auf jeden Fall. Wild aus. Aber für welches Handy? Wenn jemand weiß, für welche Handys die sind, bitte einmal kommentieren. Ich habe iPhone X Air 6.1. Das Air ist nach dem Zehner, das ist jetzt sechs Jahre her. iPhone X. Ah, iPhone X. Ach so. Okay. Ja gut, das geht leider nicht. Aber ich finde es trotzdem ein cooles Paket, ehrlich gesagt. Wenn ich das iPhone hätte. Hier steht es nicht. Dann fände ich es ganz cool. Das ist noch ein Case. Also ich muss sagen, in dieser Packung habe ich mich am meisten gefreut über meine Spargel-Samen. Ja, das glaube ich dir. Ich liebe Spargel. Frag mal den Chayan, wann er das letzte Mal Spargel... Wann hast du das letzte Mal Spargel gegessen? Noch nie. Noch nie. Stopp. Du hast noch nie in deinem Leben Spargel gegessen. Noch nie. Also nicht mal ein bisschen. Und du denkst, dass du Spargel nicht magst, obwohl du es noch nie gegessen hast. Ist er komisch oder bin ich komisch? Stell dir mal vor, okay? Nutella. Du hattest es noch nie gegessen. Schoko-Queme. Du hättest es noch nie gegessen. Aber das sieht schon gleich aus. Und du würdest einfach sagen, warum denn? Es ist einfach nur braun. Du hast ein weißes genommen. Ich nehme ein graues. Ah, das große. Da wollen wir kurz fühlen und jeder gibt einen Tipp ab, bevor wir es austacken. Ich glaube, es ist ein Oberteil. Es ist nichts weiches. Kein Pulli, aber einfach ein T-Shirt oder sowas. Nee, ist schon ein bisschen dick. Ich glaube, dass es ein Pulli ist. Okay, pack mal aus. Helfen wir jetzt irgendeine krasse Marke. Es ist schon so... Ich glaube, das ist ein BH. Das sind BHs. Das ist ein BH. Oh mein Gott. Ich schwöre, es ist einfach ein BH. Sogar mehrere BHs. Brauchst du neue BHs? Ist es vielleicht deine Größe? Äh, wie lustig. M. Ja, vielleicht sogar. M, M. Krass, es sind einfach BHs rausgekommen, Leute. Also du kannst damit leider nichts anfangen. Kann man machen. Kann man machen. Hat mich jetzt nicht... Was kostet so ein BH, wenn man den normal kauft? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir haben für das Paket wahrscheinlich 15 Euro bezahlt. Ja, und ein BH kostet... Also es kommt drauf an. Du kriegst, glaube ich, ein BH auch schon so für... Die sehen aber schon hochwertig aus, muss ich sagen. Ich finde nicht, dass die hochwertig aussehen. Okay, du kennst dich besser aus. Ja, du anscheinend nicht. Okay. Ich bin gerade so enttäuscht von diesem Paket, dass ich noch nicht drüber hinweg bin. Ich muss es noch ganz kurz verarbeiten. Aber ist egal. Machen wir weiter. Da wir erst ein weißes und ein graues hatten, dann müssen wir jetzt wieder ein weißes nehmen. Mach ich aber nicht, weil wir schwimmen gegen den Strom. Wir nehmen nochmal ein graues. Wir nehmen davon schon... Viel, viel, viel. Das wieder aus dem Anziehen. Unterhosen. Ja, diesmal sind es auf jeden Fall Boxershots für Männer. Wir brauchen Unterhosen. Ich glaube, das ist eine Hose. Mach auf. Es ist ein T-Shirt. Hä? Wow. Hemd. Stell vor, da ist jetzt dein Foto drauf. Ja, wieder Carlo. Wieder Carlo ist drauf. Ach, das ist ja cool. Das ist schon cool. Die sind gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Hey, finde ich voll cool. Ich glaube, ich probiere die dann mal an, oder? Ich bin nicht gewaschen und so. Okay, wir waschen sie erst. Okay. Ja, da bin ich ein bisschen picky. Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm beim Chayern. Wenn etwas 30 Sekunden geöffnet war und es ist nicht im Kühlschrank gelandet, dann ist er das nicht mehr. Sag, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ach so, jetzt gerade den Müll in meine Küche geworfen. Wer räumt das jetzt auf? Hä? Ich möchte, dass du jetzt dahin gehst und den Müll vom Boden aufhebst, dahin, wo er gehört. Ich glaube, dass das was Gutes ist. Ja. Ich glaube, ich habe es auch im Gefühl. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Du machst die Spannung echt. Hä? Ein Handy? Ist das ein Handy? Ist das ein Handy? Laber doch nicht. Ich weiß es nicht. Komm mal auf jetzt. Wireless Maus. Wireless Maus. Ah, das ist cool. Cool. Vielleicht braucht unser Kameramann sowas. Das ist wirklich tatsächlich ziemlich cool. Mach mal auf, wie sieht die aus? Cool. Die sieht echt cool aus. Voll cool. Schau mal. Die ist super. Die ist voll leise auch. Und da ist noch was drin. Richtig nice. Da ist noch ein großes Paket drin. Ja, nochmal auf. Es ist einfach nochmal eine Maus. Ah, cool. Warum bestellt man sich zwei davon? Und es ist tatsächlich nochmal eine Maus. Hätte das gedacht. Jetzt hatten wir in einer Packung immer mehrere von einer Sache tatsächlich. Vier WHs. Bei den WHs waren mehrere, zwei. Stimmt, alles war doppelt oder mehrfach. Nichts war einzeln drin. Tatsächlich. Dann sind wir ja noch nicht fertig. Nein, weil jetzt haben wir unseren besonderen Pick. Der besondere Pick. Fli Fla Flu, wer anfängt. Fli Fla Flu, Fli Fla Flu, Fli Fla Flu. Und ich dein Ernst, dass du nochmal Schere genommen hast. Also wirklich. Fli Fla Flu. Fli Fla Flu, Fli Fla Flu. 3-0. Normalerweise, sie gewinnt nie gegen mich. Das ist der YouTube-Bonus. Ich habe gewonnen, weil wir gerade ein Video drehen. Okay, macht der Gewinner zuerst auf oder macht der andere dann zuerst auf? Das haben wir nicht besprochen. Deswegen darf der Gewinner entscheiden. Ja, genau. Und weil ich so eine wunderbare Ehefrau bin und ich dich so sehr liebe, darfst du das erste Paket öffnen. Aber ich finde auch danach aufmachen viel besser. Ach so, also okay. Weil ich so eine wundervolle Frau bin und ich dich so sehr liebe, mache ich das Paket zuerst auf. Schon wieder viermal etwas Gleiches. Ich schmerz euch. 100%ig. Schon wieder nicht einzeln, sondern mehrmals. Das gibt's da. Das ist ein Schraubenwischen oder so. Passend zu den Zangen. Puh. Es ist wieder genau viermal das Gleiche. Ich sag's euch. Und das ist aus China auf jeden Fall schon mal. Wieso sind eigentlich alle Pakete aus China? Oh. Halterungen. Das ist natürlich, hä, warte mal, das ist eine Navihalterung, oder? Das ist nicht fürs iPhone. Doch, doch, doch eine iPhone-Halterung fürs Auto. Nee, Schatz. Es sind vier Halterungen. Kannst nicht glauben, dass alles immer doppelt und dreifach da drin ist. Aber wie cool, schau mal, eine wieder für dich, eine für mich, eine für unseren Videografen. Und einen? Für die Oma gleich. Für die Oma. Die Oma ist auch da mit der Helene. Ja. Ich hab zwar kein Auto, aber danke. Kannst du auch im Zug. Im Zug kommst du einfach mal vor. Einfach an die Fensterscheibe vom Zug. Mit allem, was wir gezogen haben, bin ich nicht so zufrieden. Naja, ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass es, ähm... Nee, Schatz. Wir haben... Spaß gemacht hat. Wir haben eine Erfahrung. Wir haben fürs Leben was gelernt. Hier, Leute. Vertraue keinen Mystery-Wacket. Nein, ich würd's wieder tun. Annahme verweigert. Das wirkt für mich irgendwie interessant. Ja, weil anscheinend hat es jemand nicht genommen, weil das vielleicht nicht zahlen konnte. Dann wär ja vorhin schon gesagt, dass es uns sehr leid tut. Und wenn es was cooles ist, dann verschenken wir es auf jeden Fall. Ja, nur leider gab es jetzt noch nichts, was richtig cool für euch gewesen wäre. Ich hoffe, dass das jetzt was richtig cooles ist. Also ich glaube nicht, dass es ein Handy ist, weil es sehr, äh, Dings ist. Es sehr leicht ist. Ja. Was ist das? Nee, das können wir nicht. Was ist das? Nee. Ist das? Ist das? Das können wir nicht zeigen. Warum nicht? Spaß. Ich dachte kurz, es wäre irgendwas nicht okayes. Was ist das denn? Also, naja. Da sind irgendwie komische Sachen drin. Also das ist ein USB-Licht. This product can use, can use with, da ist einfach ein Rechtschreibfehler, can be used with. This product can use with Powerbank. Laptop and all other devices, falsch geschrieben, with USB-Port. Und ich schwöre, guckt mal, this product can use, schon mal der erste Fehler. Und dann, device ist falsch geschrieben. Finde ich beeindruckend. Das macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Ah, doch, 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 doch. Schon mal, der Typ, der lässt sich einfach keine Zeit. Chill. Ich sag euch, was es ist. Eine Fingerpuppe. Wuuuuh. Damit kannst du deine Tochter bespaßen. Und was ist das hier? Das hier ist ein Armband für Kinder. Ein Armband? Ja, das machst du, Suscha. Und was machst du damit? Das machst du da dran. Also das klickst du da dran. Hier, 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 hier. Mit dir wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann kannst du das halt so an deinen Arm machen. Ja, okay, das ist cool. Finde ich auch cool. Das finde ich cool. Und da ist noch was drinnen. Ah, noch was? Ja, das finde ich auch nice. Super. Das ist ein Wireless Headset. Das mache ich mal in mein Ohr und dann bin ich so, 1, 2, 1, 2, kannst du mich hören. Das ist cool. Dann sagst du von oben, ja, ich kann dich hören. Dann sag ich so, schläft unser Kind schon? Dann sagst du, es schläft. Da ist aber nur eins drin. Oh. Ich habe es ein bisschen verwechselt auch mit walkie-talkies, oder? Statt mit einem Herz. Ja, Schatz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du kannst mit dir selber reden dann. Schläft sie schon? Ja. Okay, super. Alles klar. Perfekt. Danke für die Info. Ich wollte sagen, als nächstes, dann können wir den Herd anmachen und kochen. Check, sodass wir, aber okay, ja. Fazit? Wir haben leider keine krasse Ausbeute gehabt. Also, es war aufregend, weil es hat Spaß gemacht. Übel. Übel, es war saukool. Würde ich es nochmal machen? Definitiv nicht. Würde ich es nochmal machen? Ja. Weil ich fand das Gefühl der Aufregung ganz cool. Ich weiß auch, warum du es nochmal machen würdest. Warum? Weil ich es bezahlt habe. Dein Geld ist mein Geld. Da hast du recht. Und mein Geld ist auch mein Geld. Dann muss es dir mehr wie tun als mir. Tatsächlich, ja. Das war es auf jeden Fall mit unserem Mystery Automatenboxen Unpacking. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liked und kommentiert unbedingt. Kommentiert gerne, was von den Sachen ihr am besten fandet. Ja. Würde mich interessiert. Ich denke, mein Highlight war die Wireless Mouse. Auf jeden Fall. Also mein Highlight ist, glaube ich, das Headset. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Talks TV. Tschüss. 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 Peace out. Peace out.